Tour aufzeichnen In Google Earth können Sie ab Version 5.0 auch Touren aufzeichnen, abspeichern und weitergeben. Klicken Sie einfach auf das Kamerasymbol in der Menüleiste und starten Sie Ihre Aufzeichnung durch einen Klick auf die Schaltfläche Aufzeichnen. Beginnen Sie Ihre Reise, indem Sie einen beliebigen Ort anfliegen, z.B. den Louvre. Beenden Sie Ihre Aufzeichnung durch einen weiteren Klick auf die Schaltfläche Aufzeichnen. Die aufgezeichnete Tour wird sofort wiedergegeben. Sie können das Video über die Steuerelemente links unten beliebig steuern. Über den Button Abspeichern können Sie Ihre Tour nun dauerhaft speichern. Klicken Sie darauf und vergeben Sie einen Namen für die Tour. Die Tour wird danach mit einem Kamerasymbol gekennzeichnet und angezeigt. Das ist die Zeit. Das ist die Zeit. Das ist die Zeit.